Ayo Lego, sag mir mal ey, was geht denn ab? Ich hab so durch deine Runden geskippt und dabei dann gemerkt, du bist ja viel am Platz. Wait, what? Du nennst dich Lego? Wie bist du bitte auf deinen Namen gekommen? Nein, du brauchst ja sicher hier nichts auf. Nein, du bist nur mal kurz vor mir auseinandergenommen. Und dann direkt zu uns selbst, ey, ich glaube echt Lego. Wow, das scheint ja richtig auszugehen, denn deine Nose, die fühlen sich im Ohr so an. Als hätte man dich hingeschmissen und dann rausgetreten. Wow, cool, du feuerst Tautetun, Mann, aber hast nicht sämtlich verkackt. Du hast den Autotunkey, du hast gefunden, aber statt zu kippen, schiebst du in den heftigen Arsch. Du kannst mich rappen oder texten oder irgendwas. Und glaub nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass du auf Böse machst. Lego, halt die Fresse bitte, sonst werd ich zum Terroristen. Und glaub nie, ich will, dass es so weit kommt wie beim Fernrohr blicken. Du bist so 0815, sagt, wer interessiert sich für dich? Du bist so gesichtslos, man muss mir erst erklären, dass das ein Rematch ist. Du bist stolz auf deine Videos, doch das sind noch Fähnchen im Wind. Da selbst das, was ich ausmacht, im Endeffekt halt nur die Replika sind. Alle klärten von dir stets belohnen, stets betrogen, geld weggezogen. Doch bei der Paju-Quizzie zählt die Runde, schaust du dann endlich mal geschehen zu wohnen. Aber wow, ey, du hast dich gesteigert und merkst, dass deine Videos 20 sind. Früher neue Effekte, doch. Heute klast du Fisser gleich die ganzen Clips. Du kannst nicht rappen oder texten oder irgendwas und glaub nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass du aufs Böse machst. Lego, halt die Fresse bitte, sonst werd ich zum Terroristen und glaub nie, ich will, dass es so weit kommt wie beim Fernrohr blicken. Oh shit, jetzt werden Leute blockiert. Ey, was? Ist einfach was Krasses passiert? Hat wer? Entweder deine Mama gefickt oder Bilder von der Mini-Midi weitergeschickt. Oh shit, es ist noch viel schlimmer. Was? Ja, sie macht richtig Krawall. Jemand hat gesagt, das Singisch ist ein Video, von ihm wäre einfach mal nicht der Fall. Also rennst du zu Mami, fragst sie nach Feedback und weißt, wie nett ist, bekommst es von ihr. Doch sagt sie, weißt du, das geht noch besser, schreist du, du Hure, bist heute blockiert. Statt sein, die Analyse heißt es für Legos, sei's jetzt aus. Kontert, ja, sie bückt, okay, aber Anzeige ist raus. Hey, OLEGO, OLEGO, MIO, OLEGO, ja, du siehst mich und du weißt es. Das hier ist ein ENDO-LEGO, man merkt, dass dich die Paarung anpisst. Denn seit unserem letzten Treffen nennt dich deine Mann schon Yannis. Jedem ist klar, dass du dieses Battle hier nicht mal durch ein Wunder schaffst. Wie willst du gewinnen, wenn selbst deine Attitude zeigt, dass du keinen Bock aus hier Routen hast? Scheiß, da ist nur hin, ging es nach mir, hättest Runde 1 bereits zu verloren. Wartet mal auf deine Final Form. Ey, deine Final Form war nicht you Performance. Ich bin kein Gärtner, noch so unkraut, wirst hier jäten. Gewinn das hier so sicher, wie das Sein sich wieder verspätet. Und der Johannes-Vorfall war ein Scheiß-Move, ja, ich weiß, man sollte es überhaupt nicht schärfen. Wenn ein Dorn-Grumble mir ein bisschen leidtun, hattest deine mit sogar irgendwie aufgewertet. Ey, o, Yannis, 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 Yannis. Nicht nur dein Ego, du hast'n ziemlich klein Yannis. Man merkt, dass dich die Parung dann pisst, denn seit unserem letzten Treffen nennt dich deine Mann schon Loser.